Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Haul von mir. Und ja, ich habe mir ziemlich viele Sachen gekauft, die auch ziemlich billig waren. Und ja, fangen wir einfach mal an. Also zuerst einmal habe ich mir hier wieder solche Haargummis gekauft. Aber ich werde wahrscheinlich alle davon, naja, ihr wisst schon, für was verwenden. Für Gamaschen zum Beispiel, weil ich finde die mega, mega cool. Und die Weißen sind auch echt ganz schick und ja, deswegen habe ich die mir geholt. Dann machen wir weiter. Das fand ich einfach so schön. Das ist ein Federmäppchen, wenn ihr das sehen könnt. Das ist auch ziemlich groß und das gefällt mir auch eigentlich ganz gut. Leider ist auch ein Hofeisen drauf und so. Genau. Dann habe ich mir noch einen neuen Kalender von 2018 und 2019 gekauft. Und so sieht der aus. Meine Kamera. Warte. Genau, so sieht der aus. Mit Flamingos drauf. Und genau. Dann habe ich mir noch solche Armbänder hier gekauft. Da sind auch wieder Flamingos drauf. Oder einer. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt so ein Flamingo-Style bin. Aber ich finde die Tiere auch echt mega cool. Und ja. Die habe ich mir einmal geholt. Und dann habe ich mir noch die hier geholt. Die fand meine Mutter auch ganz hübsch. Und deswegen habe ich die auch mitgenommen. Genau. Dann als nächstes. Ich musste sie mir einfach kaufen. Mega coole Ohrringe. Die haben nur 1,99 Euro gekostet. Und genau. Das sind 12 Stück. Und ich finde sie echt mega, mega cool. Dann. Ups. Die Kamera ist gerade umgefallen. Habe ich hier noch was Süßes. Und zwar sind es solche Vital-Kekse. Die schmecken echt mega gut. Beziehungsweise mir schmecken sie mega gut. Und genau. Dann habe ich noch was. Das sind hier solche Sticker. Und die kann ich dann zum Beispiel auf die Trensen, auf den Stirnringen aufkleben. Von den Schleichpferden. Und auch auf die Schabracken. Und genau. Und dann habe ich mir noch das hier geholt. Das sind ganz normale Acrylfarben. Genau. Weil ich wollte mal wieder schwarze Sachen zum Mal gepainten haben. Das ist während der Fahrt aufgegangen. Also nicht wundern. Und ja. Das war mein kleiner Horror. Ich zeige euch nochmal alle Sachen, die ich mir gekauft habe. Ach ja. Und eins habe ich noch vergessen. Das ist das hier. Das ist ein Armband. Und ja. Das finde ich echt mega hübsch. Aber eigentlich war es nicht für mich. Sondern für meine Mutter. Aber ihr war es leider zu klein. Und deswegen habe ich es jetzt. So sieht es jetzt aus. So. Und das waren alle Sachen, die ich mir gekauft habe. Und die Sachen waren auch echt mega billig. Also die haben nur. Also insgesamt hat es glaube ich alles 15 Euro oder so gekostet. Und also echt mega, mega billig. Oder sogar noch weniger. Aber ja. Ich würde schon mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn es euch. Bis zum nächsten Mal.